Intro Hi Leute herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir sind nach wie vor gezwungenermaßen noch in Rehbach. Denn in der letzten Folge wurden wir vom Herrn Lonzinger wieder mal unrechtmäßig aufgegriffen. Und ja, es geht weiter, meine Lieben. Lasst gerne das Däumchen da. Wenn euch die Folge gefällt, würde mich sehr freuen. Und am Freitag ist wieder Livestream. Seid ihr gerne eingeladen. Ab 19.30 geht's los. Ja, wenn ihr Bock habt, shop vorbei. Links in der Videobeschreibung auf twitch.mecmanus.de Ja, Lonzinger? Sie wundern sich tatsächlich, warum ich Sie mitnehme? Ich wundere mich da schon drüber, weil ich habe nur das Gefühl, dass Sie ihr persönlich... Die sitzen in meinem Auto und reden zwei Minuten mit irgendwelchen imaginären Personen in Ihrem Kopf. Aber Herr Lonzinger, vielleicht kann ich Ihnen ja auch, wenn Sie mich einfach zur Landtechnik fahren, kann ich Ihnen einen guten Preis machen für die nächste Wartung, für das Fahrzeug. Ich lasse meine Fahrzeuge nicht bei Ihnen warten. Ölfeder umsonst. Auch das nicht. Das sind Wartungsverträge, der Staat geschlossen hat, das nicht bei Ihnen. So, gut. Ja, was waren wir jetzt auf der Gemeinde? Wir waren ja quasi Qualitätsarbeit, verstehen Sie? Kommen Sie mit. Oh, das erzähle ich ihm, Herrn Klein. Das sage ich ihm. Das war jetzt auf Sie bezogen, aber machen Sie ruhig Hetzen. Hetzen Sie weiter, Barscher. Sie sind ein Wundreher, der seinesgleichen sucht. Hinsetzen. Oh, jetzt wird wieder gekocht. Ja. Nein, heute gibt es kein Steak. Aber schön, dass Sie sich daran erinnern. Ja, natürlich. Ja, hat Ihnen das gefallen? Nein. Ich war gefesselt und Sie haben mir was vorgekaut. Ich bin ja gerade am überlegen, ob ich mir ein Wiener Schnitzel mache vom Kalb. Uff. Dachte, kriege ich direkt mal ein Grummeln, Herr Lonziger. Ja, aber ich mache mir eins nicht Sie. Oh. Ich denke mal, der Audi muss aber lackiert werden, früher oder später. Ja, die Frau hat die hat jetzt ein bisschen... So, also ich werde Ihnen jetzt nochmal das Ganze nochmal ein bisschen eruieren, geht, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Danach sind Sie aus meiner Maßnahme entlassen und können dann gehen. Erstens, wir haben einmal die unbefugte Fahrzeugbenutzung, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Dann haben wir einmal die Anzeige aufgrund Personenbeförderung ohne Personenbeförderungsschein. Okay, das sehe ich ein. Dann haben Sie einen Busführerschein. Den habe ich tatsächlich, ja. Also fahren darf ich noch. Also fahren darf ich, aber... Dürfen Sie LKW fahren oder dürfen Sie Bus fahren? Ist ein Unterschied, ich fahre da, aber das ist nicht klar, oder? Ich darf einen Bus bewegen, aber ich darf keine Personenbefördern. Welche Führerschein-Klasse haben Sie denn? Äh, BCE. Nochmal bitte wiederholen Sie mal langsam. BCE. Oh mein Gott, wir sind da gerade mitten in der Maßnahme, was soll denn das? Dach, Frau Teig. Oh mein Gott. Was macht? 1,280, muss los? Dann sind Sie gerade Krieger das Ding gegangen? Ja. 20 Uhr geht immer die Sirene oder einmal? Genau. Ja, das war ein bisschen höher. Also, ja, also, okay. Also nochmal, jetzt wiederholen Sie mal. Welchen haben Sie? BCE. Sind das jeweils eigene Kategorien? Oder ist das eine erfundene Fahrerlaubnis-Klasse? Nein! BCE, also B, der B-Führerschein? Ist für Auto. CE. CE, LKW mit Anhänger. LKW mit Anhänger, was ja eigentlich alles einschließt. Nein. Sie brauchen die Führerschein, Klasse. D. Faktor Rot mit dem. Tschüss. Tschüss. Danke nochmal. Kein Problem. D. Richtig. Die gab es bei mir noch nicht, tatsächlich. Das ist mir scheißegal, Sie haben es auch nicht. Naja, aber ich darf einen Bus fahren, aber ich darf keine Versuchung befördern mit dem Mann. Mit dem Führerschein, wo ich habe, darf ich. Ja, was? Ein Kleinbus? Haben Sie mal gesehen, was das für ein Bus ist? Ja, ein Kleinbus ist B. Nochmal, Sie brauchen diese Fahrerlaubnis, Sie haben sie nicht. Ja. Also kommt das Fahren ohne Fahrerlaubnis auch noch mit dazu. Auch noch. Das schließt leider mit ein, dass ihr Führerschein einmal eingezogen wird, generell, ja. Das heißt, Sie verlieren hiermit mit vorläufiger Visum, muss man schauen, was der Richter dann sagt, aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ziehe hier den Führerschein ein. Sie wissen, dass Sie wissen, dass ich Lohn und dann alle Führerscheine. Sie wissen, dass ich Lohnunternehmer bin, ne? Ja, das ist mir scheißegal, ich hätte das vorher überlegen müssen, bevor Sie Bus fahren. Ja, Sie haben fahren ohne Fahrerlaubnis begangen. Das heißt, alle anderen Fahrerlaubnis werden hiermit eingezogen und bis zur gerietlichen Klärung auf Halt gehalten, quasi verstehen Sie? Aber noch Fahrrad fahren? So, das bedeutet, ja, Sie dürfen noch Fahrrad fahren. Nee, da brauche ich Ihren Führerschein Y. Nein, das brauchen Sie nicht. Sie dürfen aber weder zu beruflichen oder privaten Zwecken, Traktor, Motorrad, Auto, Roller, was weiß ich, nichts, was eine Motorrad dürfen Sie bewegen. Sie sind ja klar. Fahrer, er muss den Fahrradführer schon aus der Grundschule holen. Ja. Okay. Mit Helm, ne? Nur mit Helm. Ja, ich finde das grundsätzlich nicht gut, weil die Leute, ich bin froh, wenn die Leute nichts verursachen, aber sie müssen sich halt über ihre Handlungen, im Klaren sind, dass das Konsequenzen hat, gell? Ja, gut. Herr Rosenberg. Gut, dann haben wir unter anderem noch die Sachbeschädigung, weil sie ja quasi da hinten hinter der Halle ums Fake fahren sollen mit ihrem Trecker. Da werden wir aber tatsächlich noch mit dem Eigentümer von dem Feld sprechen, aber ich sage jetzt mal vorläufig, dass das eine Sachbeschädigung sein könnte, ja, wenn es verfolgt wird. Um welches Feld geht es? Das Feld beim, Moment. Sag Sie mal, ich darf hier Fragen stellen? Es ist die Gemeinde. Achso. Wir arbeiten hier. Ja, weiter. Ja, wir warten jetzt kurz, bis ich die Info kriege. 24, das Feld, nicht die Flurnummer. Hm, 24? Uiuiui. Hm. Teuer. Ich bin, Frau Dijk, ich bin um die Halle rumgefahren und stand mit einem Vorderreifen auf dem Feld. Ich bin da nicht drüber gefahren oder sonstiges stand mit einem Vorderreifen auf dem Feld. Das war's. Sie dürfen sich freuen, wenn was Feld gehört. Ja, Pech. Ja. Glück laufen. Wunderbar. Dazu habe ich Sie da gesehen, dass Sie wird da mit dem Herrn Pech sprechen. Vermutlich kommt noch eine Sachbeschädigung mit drauf. Das Ganze geht dann an die Staatsanwaltschaft. Wie gesagt, Sie können sich gerne äußern, wenn Sie das möchten. Möchten Sie sich äußern? Also verweigern Sie die Aussage? Nee, wie würde ich denn über meinen Anwalt? Wer ist Ihr Rechtsbestand? Das wird Ihnen noch mitgeteilt. Mhm. Okay, ähm, haben Sie irgendwelche, haben Sie irgendwelche, Frau Kowalski bitte, haben Sie irgendwelche Betäubungsmittel zu sich genommen, alkoholische Getränke zu sich genommen? Nein, natürlich nicht, nein. Tücher? Ja, zu 100%. Das Feierabendwasser war's. Wie bitte? Das Feierabendwasser war's. Nee, ich rede ja nicht mit Ihnen, Frau Dijk. Da hat irgendeiner gerade gesagt, dass Sie reden dürfen in meiner Vernehmung. Sie dürfen gerne Fragen stellen, aber nicht zu dumm da arbeiten. Mhm. Also. Ich trinke kein Bier und nix, von daher. Des Weiteren hat der Herr Pech auch nichts gegen den Platzverweis geäußert, das heißt, der Platzverweis am Landhandel bleibt der Wein bestehen. Gut, können wir die Fahrzeuge nicht ausliefern, ist halt so. Ja, Sie können Sie ja vor die Tür stehen. Genau. Sie können ja sowieso nichts ausliefern, Sie können ja nur mitfahren. Ich sag Ihnen gleich, sollte ich Sie in irgendeiner Weise erwischen, dass Sie ein Gefährt fahren, Sie können auf Ihrem Hof hin und her fahren, aber sobald Sie die asphaltierte Bereich, Sie wissen es, sobald Sie es erreichen, fahren trotz Fahrverbot, das ist scheiße. Ja, okay. Gut, das Fahrverbot wird vorläufig ausgesprochen für einen Monat. Wir werden schauen, was das Gericht dazu sagt. Nichts ist tot, bleibt das ist erst mal so. Ja, ich glaube, Sie verwechseln gerade die Dinge. Ich habe das verstanden. Ja, 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 Gott sei Dank 20 Uhr. Wie gesagt, Sie werden dann einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft, die will sich dann bemerken, wie das Ganze weitergeht. Yes, of course. Gut, ich sag Sie, nochmal, sollten Sie gegen die Dinge nochmals verstoßen, dann ist das nicht sehr völlig. Ja, klar. Okay. Perfekt. Danke. Eventuell, nein, Sie sollen mit dem Dossen. Eventuell werden wir nur schauen, ich werde mal mit den Mitfahrern sprechen, dem Bus, das ist ja Kamera. Eventuell wegen einer Freiheitsberaubung. Sag Sie mal, was wollen Sie noch aus Ihrem Zauberhutol hier? Nein, sie sollen ja, die haben die Leute durch die Gegend gefahren, wenn die wissen, dass sie gar kein Busfahrer sind. Sie wissen, die sind freiwillig eingestiegen in den Bus, ne? Ja, aber sie sind ja kein Busfahrer. Sie haben sich gefreut, dass endlich bei einem Bus gefahren ist. Sie wissen, dass der Bus nicht im Bus ist. Wie man bei Ihnen hält, oder? Sehr nackler, oder? Ja. Schauen Sie mal auf den Bus planen. So, gut passt. In dem Sinne, sind Sie quasi entlassen und liebe Freunde, am Freitag kommen wir live streamen. Ja. Kannst du mich bitte zur Landtechnik fahren, Kara? Ja. Das ist lieb von dir, danke. Ach ja, ich hab was vergessen. Ja, was denn? Herr Rosberg, hiermit werden Sie unter polizeiliche Beobachtung gestellt. Hä, warum? Jetzt hört sie mal auf, ich immer wie ein Schwäckere zu behandeln. Das heißt, wir können Sie jederzeit kontrollieren, anhalten und durchsuchen. Verstanden? Ja, hab ich verstanden. Machen Sie ja so oder so. Egal, ob polizeilich oder nicht. Und jetzt raus aus meinem Gebäude. Ihr Gebäude? Wiederhören. Immer, wir telefonieren wegen Termin. Ab Marsch. Ja, machen wir. Okay. Tschüss. Frau Deik, ich melde mir das Fahrzeug dann noch anmelden später, ne? Ja, bitte ich drum. Gut. Oh, haben wir doch Verstoß, Versicherungspflicht da, ne? Na. Und Steuerhinterziele, oder? Ach, Karalo. Naja, wir müssen eigentlich noch mit dem Bus sprechen. Hast du Helm? Ja. Sehr gut. Eck auf. Ey, Rosenberg, Rose Agrar, was kann ich so tun? Servus, aus Ihnen hier ist der Willi. Servus, grüß dich. Kurze Durchsage. Die 109 ist fertig. Ja. Saatgut ist leer. Ja, ist am Landhattel Neues. Wie vor was? Am, 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 Dings ist Neues. Aber weg. Hast du die 109 komplett fertig, ja? Die ist komplett fertig. Mit dem mal durchziehen. Ähm, hat gereicht, das Saatgut. No? Also sind jetzt, glaube ich, warte. Ganz klar. Vorsichtig, Karate. Tschüss. Bis später. Tschüss. Für Sie. Schau mal bitte, ob auf der 37 schon die Furchen gemacht sind für die Karotten. Wenn die Furchen gemacht sind, also diese, weißt du? Ja, ja. Dann könntest du, wenn du möchtest, die 37 auch noch mit Karotten ansehen. Ich komme aber dann nachher auch mit Dings zurück mit Dirk. Ja. Ich kann mal hinfahren. Mach das wahr. Jo. Will ich bescheid. Danke dir, Willi. Tschüss. Tschüss. Kara. Ja. Ähm. Ja, fahr es mal zur Landtechnik. Ich muss den einen Traktor, der steht da noch mitten in der Heide. Den muss ich auch noch abholen. Ja, das ist schlecht für dich. Ey, ich kotze ab, ey. Ohne Witz. Was soll denn diese Scheiße immer, ey? Führerschein hinzu. Weil ich den Kack-Bus hierher gefahren hab. Ich darf ein LKW, ich darf ein Schwerlaster fahren, ich darf ein riesen Autokran fahren, ich darf alles fahren. Aber ein Bus angeblich nicht, ey. Das ist das schon wieder so aus dem Finger gesaugt. Nee, das ist doch Personentransport, oder nicht? Ja, das mit der Personentransport, das sehe ich ja allen. Aber dass das Fahrzeug nicht bewegen darf, das sehe ich nicht allen. Ja, aber vielleicht war das Problem, weil du da Leute mitgenommen hast und du hast ja auch gleich so gebacken. Das sind ja zwei Schuhe. Ja, aber du hast ja gleich gesagt, dass du das gemacht hast. Ja. Jetzt einfach nur gesagt, du hast ihn nur so bewegt, ich weiß das nicht. Nee, selbst das darf ich ja nicht, hat er gesagt. Ach so. Ja. So, warte, ich muss das mal schnell hierhin, ja. Ja, ich warte. Mann, ey, ist das eine Kacke, ey. Ist das eine Kacke, ey? Was ist denn hier los? Mit dem Zusammenarbeitet. Aber warum auch schon heißen? Guck der. Oh, der ist nie ja schon wieder für den Versammel. Jetzt, jetzt hört man zu, was der labert. Pass mal auf. Du weißt, die sind, ey. Hä? Was ist denn, warum? Ey. Gero, das ist nicht in Ordnung, was du hier machst. Was mache ich denn? Bist du der Redelsführer, oder was? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja, naja, um was geht's denn, meine Herrschaften? Was können wir denn für sie tun? Frau Cara. Hi. Wir brauchen einen Mechaniker. Ja, der ist ja da, der Dirk. Der bewegt sich doch nicht weg. Wer ist da? Johann, komm mal auch mitnehmen. Johann, wo bist du denn? Hier bin ich. Ah ja, du warst ja vorne nicht da. Genau, ich war noch unterwegs. Ich bin aber jetzt, bin wieder eingetrudelt. Ja, super. Oh, Gott sei Dank. Dann können wir das hier übergeben, ey. Gott sei Dank. Ey, ansonsten, meine Herren, was kann ich hier für sie tun? Was denn der Grund dieses, dieses Auflauf ist? Ich war nur hier, um ein Traktor auswerten zu lassen. Der Rest wird dazu gekommen. Äh, Stefan, ist da was rausgekommen? Ja. Okay, da können wir nachher in Ruhe quatschen gleich. Ähm, der Rest. Mir so wegen den Unfallfahrzeugen hier. Also passt auf, ich rede für euch, ist gar kein Problem. Oh, mir wird schlecht, ich muss kurz 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 gehen. Ne, jetzt mal wirklich, jetzt mach mal einmal ordentlich und hör mal zu. Das sagt wer? Das sagt wer? Der Guido sagt das. Der Guido, ne, dann hören wir jetzt mal ganz genau hin. Also pass auf, wir Drehbar sind alle ein kleines bisschen verärgert, weil hier sehr wenig besetzt ist. Wir können unsere Maschinen nicht warten, wir können keine Maschinen bestellen, das ist alles sehr anstrengend geworden. Da du jetzt gerade hier bist, haben wir uns versammelt und haben jetzt einfach mal gedacht, komm, wir sprechen das mal ordentlich und vernünftig an. Vielleicht finden wir eine Lösung. Wenn die anderen, die anderen wollten zwar auf dich draufkloppen und dich entführen und festhalten, ich habe da, hey, Jungs, kommen alles cool. Wir reden. Wollte die Krippen halten. Also, wenn ich mich dazu beäußern darf. Ja, sehr gerne. So, Punkt 1, bin ich ein Fahrzeughändler, angestellt bei Kalle Klein, in der Außenstelle, in der Zweigstelle, Ficht, Tag. Ja, warte ganz kurz, wir wissen das. Wir meinen das auch nicht böse. Wir haben einfach nur gedacht, wenn jemand was verändern kann, dann du. Und deswegen wollten wir mit dir sprechen. Ja, das ist ja schön. Also, das ist ja schön. Aber, ich kann, was soll ich denn machen? Ich bin jetzt extra mit Dirk zusammen. Wir haben alle Arbeiten in Fichtal liegen lassen, weil da ist auch das Brett komplett voll. Wir haben alles liegen lassen, um hier nach Rehbach zu kommen, um hier die anstehenden Wartungen sozusagen alle fertig zu machen. Wir haben extra deinen Deutz zuerst gewartet. Wir haben das Gutachten gemacht für den Stefan. Wir sind noch dran an dem Fendt 515, der sollte fertig sein. Die Sehmaschinen für den Stefan sind jetzt fertig gewartet. Dein Klaas habe ich auch direkt mitgenommen. Falls jetzt noch irgendwelche Bestellungen sein sollten, kann ich die gerne aufnehmen. Aber der Johann ist jetzt auch da. Also, das heißt, das ist jetzt definitiv in Rehbach euer direkter Ansprechpartner. Das ist natürlich in letzter Zeit vielleicht wenig besetzt ist hier. Ja, das tut mir leid. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann nur mit Kalle nochmal reden, aber Kalle ist halt auch schon älter wie die Steinkohle. Ja, da muss er verkaufen, da muss er aufhören und in die Rente gehen. Das müssen wir dann mit Kalle mal sagen. Vielleicht sollte dann der Maschinenhandel bei uns kommen. Zum Landhandel vielleicht. Ich hoffe, da ist noch Wasser drin, dass ich mich gerade schneller dringend schalte. Das ist Müllstritten. Hör auf, versau die nicht. Wie, 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 bin ich jetzt sauer? Oder was, wenn ich da jetzt kurz stehen gehe? Kann sein, dass die schon sauber ist. Scheiße. Warum, was ist denn mit dem Lkw hier? Der hat einen Unfall gehabt. Da ist der gelbe JCB reingeheubert. Ach, das ist der... Okay. Deswegen vielleicht... Okay, gut. Aber, meine Herren, Sie können natürlich, wenn Sie jetzt Unmut haben oder Sonstiges, können Sie das jetzt äußern? Ich wäre das definitiv... Der Johann ist gerade da und ich kann das mir auch anhören und wir versuchen natürlich jetzt hier irgendwie dann Besserungen hinzukriegen. Also, ja. Der Pech, ich bräuchte dann ganz kurz gehen. Ja, kriegen wir hin. Gut. Nur ganz kurze Info. Ich stand mit meinem Förderrad auf deinem Feld. Okay. Das war der gesamte Traktor. Das war der gesamte Traktor. Aber das wäre mir gleich. Ja, aber von den anderen, gibt es denn... Also, wenn wir jetzt einmal hier so versammelt stehen, dann jetzt Hose runter, los. Aber dann mache ich mich mal vom Acker. Ja, Rosenberg, sieh zu. Tempo ist kein Taschentuch. Ja, genau. Davon brauchst du aber ziemlich viele. Sven? Ja, da kannst du dir mal mein Auto oder unser Auto angucken. Ich brauche mal einen fähigen. Okay, mache ich gleich eine Sekunde. Ich warte hier. Gut, so, meine Herren, aber jetzt wirklich mal Tareles. Dann kommt haut mal raus hier. Den besten Hörst du mal den Bericht vom Gutachter an? Ja. Der Log, erzählst doch mal. Ja, der Service wurde ja gemacht. Inklusive alle vier Bremsen. Hinten neue Scheiben, neue Klötze, vorne neue Scheiben, ohne Klötze. Sven, komm mal rüber. Also vorne wurde vergessen, tatsächlich neue Klötze reinzupacken. Und die Bremsverteilung, bei dem wir jetzt sind 70, 30, also 70 Vorderachse und 30 Hinterachse. Da passiert nicht viel, wenn du die Hinterachse bremst. Okay. Also haben wir tatsächlich ein Problem an der Bremse? Ja. Und das muss ich halt leider so sagen, ist dann vom Fahrzeughändler so durchgeführt worden. Also ob es jetzt der Herr Steiger war oder der Herr Klein weiß ich nicht. Johann, du warst da? Wir waren beinahe an dem JCB drin. Wer wäre die Bremse gemacht? Da waren wir zusammen dran. Schlecht. Sehr schlecht, ja. Aber lasst uns das mal jetzt nicht in aller Öffentlichkeit klären, weil das ist nämlich auch nicht so vorteilhaft für den Karle. Deswegen, ja, also wenn der Rest jetzt noch was hat, dann würde ich das jetzt noch mit aufnehmen hier. Aber wenn nicht, dann würden wir uns mal kurz wegen dem Gutachten zurückziehen. Herr Rosenberg, kommen Sie mal kurz. Was ist jetzt wieder? Ne, wir brauchen Sie mal kurz, kommen Sie mal her. Oh, das kann das alles nicht mehr. Sie, wir haben da vorhin was besprochen. Ja, der Herr Pech würde von der Anzeige absehen, wenn Sie sich bei ihm entschuldigen. Ey, was würde auf mich zukommen bei der Anzeige? Sachbeschädigung, ne? Okay. Sachbeschädigung. Kann er sogar bis zu einer Haftstrafe enden. Welche dreihalbe oder umgeknickt habe auf der Wiese oder was? Wenn Sie der Meinung sind, dass nur dreihalbe waren, also einsichtig sind sie nicht. Also, mich würde es nicht wundern, wenn Sie irgendwann als Gouverneur von Rehbach kandidieren und hier wieder die Todesstrafe einführen. Weil wir auch in den USA sind, haben Sie recht auch. Ja, guck mal, das war der Wahnsinn. Ja, genau. Sie sind aber auch... Also, wie gesagt, wenn Sie sich entschuldigen, dann ja, wenn nicht, dann, wie gesagt, kann bis zur Haftstrafe laufen. Alles klar, dann kläre ich das nachher mit dem Guido, ne? Ja, nein, wenn dann bin ich schon dabei. Ne, warum? Sie können es ja jetzt entschuldigen. Pass auf, also, ne, jetzt will ich jetzt hier mal was sagen. Sie haben den Guido gefragt, möchtet ihr eine Anzeige machen? Er hat gesagt, es sieht davon ab, wenn ich mich entschuldige. Damit sind Sie dir jetzt erst mal raus, oder? Nein, weil Sie haben sich doch nicht entschuldigt. Ja, aber er hat auch noch keine Anzeige gemacht. Ja, doch, er hat ja gesagt, außer Sie entschuldigen sich. Außer. Ja. Haben Sie Taschentücher dabei? Ich brauche keine Taschentücher. Das ist jetzt gleich mal hier schön ein, ne? Ja, bitte. Sorry, dass ich da auf deinem Feld stand. Ja, das geht auch ein bisschen besser. Das sollte mich sich nicht... In die Anzeige. Mehr ist nicht rauszuholen, tut mir leid. Ja, gut, also, das werde ich auch dem Richter so weitergeben, dass sie sich quasi nicht Mühe zeigen. Und dann... Mach ihn fertig. Jetzt hör doch auf, Guido, was soll denn das? Pass mal auf. Guck mal, wenn das hier der Streifen ist. Hier ist Wiese, hier ist dein Feld. Dann stand ich... Überdenken Sie noch mal Ihre Äußerung. So, dann stand ich... Ja, überdenken Sie es mal. Überdenken Sie es noch mal. So, pass auf. Da ab dem Botstein ist dein Feld. Dann stand ich... Ich stand mit dem Traktor... Also, mit deinem Traktor stand ich... Warte. So. So stand ich. Soll man noch mal hinfahren, Herr Rosenberg? Wollen Sie es sich noch mal anschauen, wo ich Sie gesehen habe? Ja, wo Sie gesehen haben, ja. Ja, wo ich Sie gesehen habe. Sie standen hinter der Halle, sie waren da nicht mal mit da. Ich habe Ihnen die... Also, so stand ich da drauf. Sie haben Sie Erinnerungslücken? Ich habe Ihnen den Weg verspielen. Wenn man lässt jetzt wegen der Halle in der Riesen... Nein. Doch. Aber Sie sehen ja auch... Warte, 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 warte. Leute, pass auf. Ich war es von meinem neuen Glück abhängig. Tara? Äh, was? Wie soll ich mich entscheiden? Soll ich Ihnen verzeihen? Ich fange doch an mit Alkohol trinken. Unter den Tisch zu kehren oder soll ich Ihnen anzeigen? Naja, wie hoch ist denn der Schaden auf deinem Feld? Nicht feststellbar wahrscheinlich. Ja, da werden wir ein Gutachten erstellen. Wie gesagt, Sie sind komplett drauf gefahren. Sie brauchen hier gar nicht fliegen. Tara, ich würde jetzt gerne nach Vichthal zurück. Ja, das... Dann können Sie doch mitfahren. Ja, nehm ich. Vorher machst du bitte noch ein Gutachten fertig. Ja. Das ist mein Mailtalk. Jetzt haut er einfach eine scheiße Entschuldigung raus, Mann. Hab ich doch. Ne, schöne. Hab ich doch. Das ist doch nicht so schwer. Entschuldigung, Herr Pech. Böner. Das sind noch schöner. Sag mal. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, ihr? Es tut mir wirklich leid. Ich passe beim nächsten Mal auf. Tut mir leid, Herr Pech. Weiter. Aber ich wurde von der Polizei wieder mal unter Blaulicht verfolgt und naja. Das ist so nicht richtig. Sie haben, was Sie Erinnerungen haben, das ist der Wahnsinn. Ich kann, ich muss, ich muss, möchte jetzt wirklich meine Arbeit nachgehen. Guido, möchtest du jetzt eine Anzeige machen oder nicht? Ja, ich möchte. Alles klar. Gut. Dann nehmen wir das auf. Müssen wir das also machen. Der Gutachter hat einen Stunden oder Minuten. Ja, machen Sie das alles. Ja, machen Sie das alles. Lassen Sie mich jetzt meine Arbeit weitermachen. Dass ich dann 1.000 Gutachter bezahlen kann und die Staatsanwaltschaft, dass das sein Gang geht. Ja, machen wir. So gehen Existenzen zugrunde, Herr Lonzinger. Na ja, Sie sind selber schuld. So, gut. Also meine Herren, wie kann ich jetzt noch hier was aufnehmen oder nicht? Nur mich noch mit dem Gutachten. Gut. Dann würde ich ganz kurz mit dem Sven einmal reden, dass der, ähm, dass das erledigt ist. Busa. Sei lieb zu deinen Kunden. Mach einen Abflug. Mach einen Abflug, sonst hol ich so ein Pflasterstein hier raus. Ja, mach auch. Also die Busseite, die Busseite stelle ist da. Dich gehe ich 15 Jahre. Herr Rosberg. Die Busseite stelle ist da an der Molkerei. Der Busseite ist da. Ich fahre mich sehr. Ich fahre mich sehr. Ich fahre mich sehr. Ich fahre mich sehr. Ja, hier hast du 3,80 für ein Ticket. Tschüss. Was? Was ist gut? Reicht nicht mehr. Kost 5,80 mittlerweile. Was echt? So. Gut. Sven, ACMA. So, pass auf, komm mal mit. Ja. Wir haben hier dieses Fahrzeug. Ach ja, der ist ja schönes Modell. Tatsächlich. Ja, setz dich mal auf den Beifahrersitz. Warte? Yes. Und jetzt, also auch wenn ich den stoppen will, haben wir seit... Ja, da will ich anspringen. Der krasse halt auch wie Sau, oder? Ja, da muss ich den jeden Tag anschieben. Warte mal Guido, schieb den an. Nee, na, weil ich immer brauche. Ja, guck dir mal an. Der kann überlegen, ob ich... Was, guck dir mal an. ...wolle ich zwei Herde davor spannen, aber... ...die sind erst 10 Monate. Ich hab auch nicht stehen. Boah, der will, meine Kollegen. Das ist halt das Problem, ne? Das Ding springt nicht an. Und wenn ich abends mal in Treiber fahren will, dann kann ich mich jedes Mal Guido mitnehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mir den angucken brauche. Wir haben ja anscheinend noch 10 andere Mechaniker hier gerade. Ja, hauptsache, ob jemand guckt sich das Ding an. Ist ja ein Problem. Nimmst du Hammer, Hausdruck an, lass da geht wieder. Das ist eine gute Idee. Du sollst auf jeden Fall den Fahrzeughandel aufmachen. Für Gebrauchte. Nee, nee, ich mach fertig. Johann. Ja. Ja, würdest du da einmal drüber schauen? Ich würde da drüber schauen. Ja, okay, perfekt. Dann mach du das mal. Danke dir. Dass das wieder funktioniert. Ansonsten, Stefan, lass uns mal noch beiseite gehen wegen dem Gutachten, bitte. Ja. Kara, ich würde dann, wir würden dann gleich losmachen. Ja, ja, ist okay. Gut, ich hab Feuert. Ich kann nicht mehr. Ich auch. Also, jetzt nochmal Tacheles wegen dem Gutachten. Ja. Okay, also, die Bremsen wurden gewechselt, also beziehungsweise die Bremsen sollten gewechselt werden und von der Bremsklötzer vergessen und das ist der Grund des Bremsversagens und deswegen, okay, pass auf, folgendes, wir schreiben das so nieder, werden, dass du was für die Versicherung hast. Ja. Es ist natürlich extrem beschissen für Kalle. Ja. Ich würde dich trotzdem bitten, das nicht an die große Glocke zu hängen, weil Kalle eigentlich immer eine zuverlässige Arbeit macht. Ich war auch sehr überrascht darüber. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also, entweder hat der Kalle gesagt, Johann kümmert dich noch um die Bremsen oder Johann hat gesagt, Kalle nicht noch und dann hat es ja, wenn du keiner drum gekümmert, man weiß es nicht. Ja. Aber es hätte kontrolliert werden müssen und bei der Probefahrt eigentlich auffallen. Normalerweise ja. So, und das ist natürlich echt ärgerlich. Also, dass wir haben das jetzt festgestellt, du kriegst dann, schriebs von uns, dann kannst du das einreichen und damit sind wir aber auch erstmal raus aus der Geschichte. Klar, mehr wollte ich auch gar nicht. Der andere muss jetzt, muss ich jetzt mit Kalle klären, das, wie wir das versicherungstechnisch klären. Ja. Und wie gesagt, ich wollte halt nur ein Anführungszeichen externer Mechaniker dran gucken, was da jetzt Sache war. Ja. Gut, alles klar, so machen wir es. Ich danke dir, er wirklich vom Herzen hatte, dass du gemacht hast. Kein Problem, kostet auch nichts, alles gut. Ja, das liebt man dir, danke dir. Na, passt. Oder kommt ihr wieder gut nach Fischthall? Ja, danke dir. Äh, Dirk, wir müssen jetzt mal schauen. Ich habe alle Führerscheine verloren. Wow. Oh, ich kann nicht mehr, ey. Der Bulle macht mich fertig hier. Ich habe, dass ich kann nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Das ist nicht mehr. Ich gehe nie wieder nach Rehbach, nie wieder, nie wieder, werde ich nach Rehbach gehen. Nur noch schwer bewaffnet. Ja, wegen dem Bus. Wow. Ey, warte mal. Es ist da gar nicht feststellbar, dass ich den gefahren bin. Ja, gut, so wichtig denn einschätzen, wenn wir sich mit dem Finger abdrücken, genau. Na ja, 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 Moment, ja, aber das heißt ja doch nicht gefahren. Machst du die Handschuhe an? Aber trotzdem, ey, wir machen folgendes. Du sagst, du bist gefahren. Und ich sag, Dirk, mach da keinen Scheiß, ich bin gefahren. Sagst du, nein, Oswin, du weißt ganz genau, ich bin gefahren. Dann sag ich, nein, Dirk, ich bin gefahren. Ja, wenn am Ende nicht feststellbar ist, wer gefahren ist. Dann macht er eine DNA-Probe, so schätzt sich dann ein. Nee, soll er doch machen, dauert aber noch. Ja, trotzdem hast du den Führerschein. Naja, doch, da müssen wir ja theoretisch erstmal, wenn es nicht feststellbar ist, müssen wir erst mal meinen Führerschein wiedergeben. Hm. Komm, lass mal machen. Schnell, ein bisschen Zeit haben wir noch. Tags? Ich weiß, mit Sicherheit. Er kommt. Herr Lanzinger? Oh, er kommt schnell, alle ruhig. Ist der Herr Lanzinger noch hier? Nee, ich glaube, ich bin weggefahren gerade. Ah, okay, weil ich habe gerade mit meinem Rechtsanwalt telefoniert. Schade. Ähm, gut. Aus wen ist das richtig, dass du 42 bist? Das ist so nicht richtig, aber was auch nicht richtig ist, dass ich meine Führerscheine verloren habe, tatsächlich hat mein Rechtsanwalt gerade gesagt. Oh, da ist der Bus. Alles klar, Jungs, wir müssen los. Soll ich dich nicht mehr mitnehmen? Ich meine, das ist mir auch recht. Ja, das Problem ist, das habe ich gar nicht gedacht, der Dirk muss auch mit. Er hat es doch geschnallt. Wir haben es schon gewundert. Komm, Guido, den müssen wir hin. Da muss ich auch mit dem Landhandel nehmen. Johann? Ja? Der 515er ist gewartet, kann ausgeliefert werden. Maxima ist gewartet, kann ausgeliefert werden. Seemaschine für Stefan und so weiter ist auch alles gewartet, kann ausgeliefert werden. Okay, alles klar. Inklusive der Deutz. Ansonsten steht an Fels irgendwo, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wo. Ach stimmt, du bist ja mit Simson hier. Steht ein Klaas vom Pech. Ja, wir hören uns, Karra. Den habe ich dann. Ich rufe dich heute Abend an. Ja, hab das dann. Ansonsten steht der Klaas vom Guido Pech irgendwo am Feld. Der muss abgeholt werden und gewartet werden, ne? Ja, alles klar. Tschüss. Wann ist jetzt mit dem Unfall? Hallo? Ja, was? Was jetzt mit dem Unfall geschehen ist? Ja, was soll mit dem Unfall geschehen sein? Ja, wird dann noch aufgenommen, wird dann noch ein Gutachten gemacht? Ja. Ja, das haben wir gemacht. Ach so, habt ihr schon gemacht? Ja. Ja, okay. Johann, wir haben übrigens gut gemacht, wir reichen das ein, der Stefan hat alle Papiere und Ja, ja, alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, ab geht's, komm. Rein in den Bus jetzt hier. Wieso ist es jetzt noch mal ein bisschen Rampel? Ja. Der Werte übereinander will ich da. Ja, Prüß. So, okay, die Welt war es so richtig. Die Rumpfung ist dann früher. Einmal zum Landhandel, bitte. Ja, es darf ich da, wenn es geht. Gut. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, lass das Däumchen da, wir sind nämlich erstmal raus. In der nächsten Folge wieder, Gott sei Dank, Fichter, ich dachte, da ist K.O. nicht, aber hier kann es ja gar keinem anbieten. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss. 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 Tschüss.